Ja, das nächste Stück ist ein Klassiker von Otis Redding, The Dock of the Bay. Was Schöneres kann es gar nicht geben, zum Beispiel in San Francisco auf der Kaimauer zu sitzen und den Blick zu genießen über die Bucht und die Golden Gate Bridge zum Beispiel. Viel Spaß mit The Dock of the Bay. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.